Ja, Freddy, 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 da ist er. Du? Also, die Arbeit hier oben, ich leuchte jetzt einmal so die Ecken ab, also für die oberen, ist der 3x3 Meter Kubus, in dem wir stehen oder außen rumstehen, und unten gibt es eine Menge von Arbeiten, im Flur und auf der Treppe runter, das sind alles Originalfotos, wo der Herr seinen Kubus aufgebaut hat, überlagert dann mit Zeichnung, Farbanordnung und wie häufig hast du ihn jetzt auf- und abgebaut? Heute ist es 69. Und es ist immer noch derselbe, also dementsprechend wenn man mit so einem Ding reißt, ein bisschen getrieben ist man ja, aber du besetzt definitiv Orte. Und es ist immer noch das ist immer noch zu verabschieden,